Rechnungen zu verarbeiten ist mühsam, zeitraubend und oft nicht transparent. Das findet auch Frau Schmidt von der Füllgut GmbH. Sie ist für Eingangsrechnungen zuständig und hat einen Berg an Rechnungen vor sich. Diese müssen noch zur sachlichen Prüfung an diverse Projektleiter. Und auch Herr Klaus, der Geschäftsführer, muss die Rechnungen noch sehen und freigeben. Wenn die Buchhaltung die Rechnung dann endlich zur Zahlung bekommt, gibt es oft kein Skonto mehr. Mit der automatisierten Eingangsrechnungsverarbeitung in ProAlpha gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Denn damit wird der gesamte Rechnungsprüfungsvorgang gesteuert. Aber von vorne. Sobald eine Lieferantenrechnung bei der Füllgut GmbH ankommt, wird sie automatisch ins ERP-System übernommen. Egal ob sie per Mail, als Brief oder Fax eintrifft. Die Erkennungssoftware liest alle relevanten Daten aus der Rechnung aus. Sollte einmal eine Information nicht erkannt werden, bekommt Frau Schmidt eine Meldung und kann die fehlende Angabe nachtragen. Das muss sie nur einmal machen, denn das System ist selbstlernend. Lieferantenspezifische Sonderfälle werden zukünftig erkannt. Die Rechnungsdaten werden dann mit Stamm- und Bestelldaten aus dem ERP-System abgeglichen. Geprüft werden etwa Empfänger, Absender oder Rechnungsbeträge. Bei Abweichungen informiert das System Frau Schmidt. Sie entscheidet dann, ob eine Abweichung akzeptiert werden soll oder sie mit dem Lieferanten Rücksprache halten muss. Nach der Prüfung erzeugt das ERP-System einen Rechnungskontrollbeleg. Die Rechnungs- und Zahlungsfreigabe erfolgen digital. Wer am Freigabeprozess beteiligt sein soll, kann die Füllgut GmbH individuell festlegen. Besonders praktisch, die Prüfung und Freigabe der Rechnung kann auch mobil erfolgen. Die Rechnung geht dann direkt an die Finanzbuchhaltung zur Zahlung. Für die Füllgut GmbH hat die automatisierte Eingangsrechnungsverarbeitung viele Vorteile. Manuelle Übertragungsfehler sind ab sofort passé. Der automatisierte Prozess entlastet von unbeliebten Routinen und Frau Schmidt kann sich anderen Aufgaben widmen. Außerdem gibt es nun einheitliche Prozesse für jede Rechnung. Alle Prozessschritte sind lückenlos dokumentiert. Der Rechnungsbeleg wird revisionssicher und GOBD-konform im integrierten Dokumentenmanagementsystem abgelegt. Frau Schmidt weiß nun jederzeit, wo im Unternehmen sich eine Rechnung befindet. Und mit dem schnellen Durchlauf gehen Skonto-Vorteile nicht mehr verloren. Eine praktische Sache, die sich schnell rechnet.